Bei der nächsten Aufgabe geht es nun darum, die erforderliche Dämmstärke zu berechnen für unser KfW Effizienzhaus 55. Da kann ich im Internet bei der KfW Bankengruppe ein entsprechendes Merkblatt einsehen und erhalte Richtwerte für meine Konstruktion. Wir möchten das nun untersuchen für zwei verschiedene Außenwände. Zum einen eine zweischalige Außenwand mit einer hinterlüfteten Vorsatzschale, eine Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem und zum anderen für eine Bodenplatte auf Erdreich. Schauen wir uns nun an, welche Werte die KfW vorschreibt bzw. welche Richtwerte. Für Außenwände gilt ein Richtwert von u kleiner gleich 0,2 Watt pro Quadratmeter Kelvin und für Kellerwände bzw. Bodenplatten ein u-Wert von kleiner gleich 0,25 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Wie erhalten wir nun aus diesen maximal anzustrebenden u-Werten die erforderliche Dämmstärke? Schauen wir uns die Formel zur Berechnung des u-Wertes noch einmal an. Der u-Wert ergibt sich aus dem Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstands. Das heißt für meinen mindesterforderlichen Wärmedurchgangswiderstand RT ergibt sich für Außenwände 5,0 Quadratmeter Kelvin pro Watt und für Bodenplatten 4,0 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Wenn ich nun diese Mindestdurchgangswiderstände kenne, kann ich auf der sicheren Seite liegend folgendes annehmen. Der Durchgangswiderstand RT ergibt sich aus den Übergangswiderständen innen und außen und der Summe aller Durchlasswiderstände der Schichten. Da ich weiß, dass der größte Beitrag durch die Wärmedämmung kommen wird, kann ich vereinfacht schreiben, der Durchlasswiderstand der Dämmung sollte eben größer sein als der geforderte Mindestdurchgangswiderstand. Das gilt wie gesagt auf der sicheren Seite liegend. Schauen wir uns das für unsere Außenwand einmal an. Zunächst die Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem und tragen alle Schichten und Materialkennwerte auf. Das sind alle Kennwerte, die ich bislang kenne. Jetzt geht es darum auszurechnen, welche erforderliche Dicke meine Wärmedämmung aufweist, wenn ich eine Wärmeleitgruppe von 0,35 unterstelle. Rechnen wir das kurz aus. Der Durchlasswiderstand der Wärmedämmung soll mindestens 5 betragen. Das heißt, ich kann umformen, wenn ich weiß, dass der Widerstand sich aus der Dicke dividiert durch Wärmeleitfähigkeit ergibt. Dann erhalte ich eine Dicke von 5 multipliziert mit 0,035, eine Dicke von 17,5 cm. Da ich weiß, dass ich noch mehr Schichten habe, wähle ich eine Dicke, die etwas darunter liegt, 0,16 m 16 cm und erhalte einen Wärmedurchlasswiderstand für diese Schicht von 4,571 m² Kelvin pro Watt, so dass ich insgesamt auf einen Durchgangswiderstand von 5,089 m² Kelvin pro Watt komme oder einen U-Wert von 0,20 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Stellen wir nun noch eine andere Überlegung an. Was ändert sich, wenn ich statt der einschaligen Konstruktion eine Zweischalige wähle? Zum einen entfällt die Vorsatzschale und der Außenputz und zum anderen darf ich den äußeren Übergangswiderstand gleich dem Inneren setzen. Das heißt, für unsere Konstruktion ergibt sich der Wärmedurchgangswiderstand RT wie folgt und ich erhalte einen Wert von 5,164 m² Kelvin pro Watt, was wiederum einem U-Wert entspricht von 0,194 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Ich sehe also, ich komme in etwa auf den gleichen Wert, egal ob ich jetzt eine einschalige oder eine zweischalige Außenwand habe. Was passiert nun bei meiner Bodenplatte? Schauen wir uns das auch noch an. Ich habe einen erforderlichen U-Wert oder maximalen U-Wert von 0,25. Das entspricht einem Durchgangswiderstand von mindestens 4 und einer erforderlichen Dicke der Wärmedämmung von 14 Zentimetern. Trage ich nun auch wieder die Werte auf und ich erhalte einen Wärmedurchgangswiderstand von 4,322 oder einen U-Wert von 0,23. Wie ich das Erdreich berücksichtige, das unter meiner Bodenplatte liegt, das werden wir sehen in der Phase E, wenn es darum geht, die Energie unseres Hauses zu bilanzieren. Auf gleiche Art und Weise kann ich nun die übrigen Bauteile meines Hauses, Dach, Fenster und so weiter ebenfalls vordimensionieren und bin mit der Konstruktion fürs Erste fertig.